Ich habe gesehen, dass überall gute Gespräche stattfanden und muss auch selber sagen, ich hoffe, Sie haben es auch so gesehen, dass auch das Essen sehr gut war. Deswegen verstehe ich, dass es vielleicht nicht ganz so einfach war, den Weg hier wieder in den Raum zu finden. Aber wir freuen uns sehr, dass Sie wieder hier sind und versprechen, dass es auch eine sehr spannende zweite Tageshälfte im Programm werden wird. Wie ich vor der Mittagspause schon angekündigt habe, machen wir jetzt gleich weiter mit den Themen Milch und Tierhaltung. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, weil verschiedene Menschen sich schon ganz interessiert hier unseren sehr schönen Raumgarten, unsere Bühnendeko angeguckt haben. Dazu erzählen wir Ihnen heute natürlich auch noch etwas, so gegen 16 Uhr. Jetzt darf ich aber erstmal für die nächste und die Session danach übergeben und zwar an Guido Höhner. Er ist gelernter Landwirt und Diplom-Ingenieur Agrar. Seit 1995 arbeitet er bereits für das Fachmagazin Top Agrar im Ressort Landtechnik und seit 2019 ist Guido auch einer von zwei Chefredakteuren des Magazins. Bitte einen großen Applaus für ihn für diese und die nächste Session. Danke schön. Ja, hallo, vielen Dank. Also vorgestellt worden bin ich und dann können wir eigentlich direkt, die Zeit läuft schon, das ist unfair. Das war ja eigentlich ab jetzt die Zeit. Also dann bitte ich euch auch direkt auf die Bühne für den nächsten Programmpunkt. Nehmt mal Platz, freue ich mich sehr drauf. Wir begrüßen, es geht jetzt um ALA. Das Thema ist, wie ALA den Milchsektor durch datengestütztes Klimaprogramm ändern will. Herzlich willkommen Anna und Kasper. Ich stelle euch gleich nochmal dezidierter vor. Nehmt doch bitte Platz. Und was machen wir dann, wenn jemand auf die Bühne kommt? Ich sehe es. Ja, kurz zur Einführung. ALA ist eine genossenschaftliche Morkerei. Wie sicherlich die meisten von euch wissen, gehört 8500 Landwirten in Nordwesteuropa. In Deutschland gibt es 1400 Mitgliedsbetriebe und ALA hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Deshalb seid ihr heute hier und die Treibhausemissionen zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern deutlich zu senken. Und Etappenziel ist eine Reduktion von 30 Prozent, bezogen auf das Ursprungsjahr 2015, wann ihr angefangen habt mit dem Programm. Und bis zum Jahr 2030 wollt ihr das schaffen, 30 Prozent runter und bis 2050 die Nullemission. Wie das klappen kann, wollen wir uns jetzt mal angucken. Anne Wieden ist hier, sie ist Landwirtin. Ich komme gleich nochmal ein bisschen genauer auf deinen Betrieb. Und Kasper kommt von ALA und dann bitte ich euch, sorry, bitte ich euch, die Präsentation mal zu starten. Ja, mache ich sehr gerne. Du hast ja schon viel vorgenommen, aber Kasper ist mein Name und ich arbeite für ALA für eine Genossenschaft. 130 Jahre alte Dame, das hört sich ja total langweilig ein. Und ich muss mit dem Mikrofon sprechen, das ist natürlich klar. Ich arbeite für eine 130 Jahre alte Dame und eine Genossenschaft, das hört sich ja sehr langweilig an. Aber ich arbeite für Anne und 8400 andere Landwirte und das macht unheimlich Spaß. Und wir wollen als Genossenschaft, also unser Landwirt und wir wollen die Milchwirtschaft gestalten. Und deshalb haben wir eine Strategie 26 gemacht und da ist der, wie soll man sagen, der nachhaltige Milchwirtschaft auch ein zentraler Baustein, diese Strategie. Und um das zu beschleunigen, was wir tatsächlich auf den Höfen machen, auch Richtung Nachhaltigkeit, haben wir Digitalisierung als Beschleuniger. Deshalb, das ist das Thema heute und daran würden wir sprechen, was wir machen als sozusagen Genossenschaft und wie alles und wie es bei Anne auf dem Hof sich anfühlt, was für Herausforderungen es ihr stellt, aber auch was für Möglichkeiten sie dadurch sieht. Tito hat es nochmal vorangenommen. Wir fokussieren natürlich, wir haben eine Nachhaltige Zielsetzung als Genossenschaft. Wir sind auch Teil dieser Science-Based-Targets, das gilt ja natürlich für die Feinschmecker, wir wissen, das ist erstmal für Scope 1 und 2. Aber wir haben auch Scope 3, also halt, was die Landwirte auf den Höfen machen, in den Augen gefasst und wollen auch da unser Ziel erreichen mit 30% in 2030 im Vergleich zu 2025 und dann die Netto-Null schaffen in 2050. Und um das zu schaffen, sind wir sehr auf digital umgestiegen. Das fängt an mit unserem Arler-Garten-Programm, das ist ein Qualitätsprogramm, das ist verpflichtend für alle Landwirte. Alle 8.500 Landwirte in Arler müssen den Arler-Garten erfüllen, das heißt, die müssen digitale fragen. Der Deadline läuft jetzt Ende Mai raus für 2023. Da ist ungefähr 130, 140 Fragen, die der Landwirt beantworten muss über seinen Hof, wie sieht es auf aus seinem Hof. Darüber hinaus muss er jeden Quartal ein Tierbeurteilung machen und das auch reinpflegen. Das ist seit 2017 alles digital. Das heißt, das kann man über ein Telefon machen oder Laptop oder Smartphone oder was auch immer. Und das ist auch wichtig, weil wenn man es digital macht, kann man auch die Daten viel besser nutzen. Man kann viel gezielter. Wir kennen unsere Landwirte. Wir wissen, okay, 8.400 davon, 1.400 in Deutschland, was sind das für Landwirte, wie sehen sie in Höfen aus. Und das ist der Grundstein. Wir haben es, wie gesagt, in 2019 auf digital gemacht. Jeder Landwirt muss mitmachen. Und das ist der Grundausgangspunkt für unser digitalen, wie soll man sagen, Datenportal, die wir mit unseren Landwirten haben. Dann haben wir, wie gesagt, auch ambitionierte Ziele auf dem Klimabereich. Wir wollen die Ziele bis 2030, aber auch bis 2050 schaffen. Das heißt, jeder Landwirt kriegt 1 Eurozent, wenn er in dem Klimaceck teilnimmt. Und das tut tatsächlich 95 Prozent unserer Landwirte oder 98 Prozent der Milch nimmt teil. Und die haben dann ungefähr so 200 Fragen bezüglich ihrem Betrieb, die sie dann einfüllen. Danach kriegen sie einen Besuch von einem Berater, der den Landwirten dann sozusagen berät mit den Zahlen in Hintergrund und verifiziert auch die Zahlen, die er von den Landwirten bekommen hat. Dann kriegt er sozusagen eine Empfehlung in Richtung, wie kann er seinen Hof besser machen. Und dann am Ende kriegt der Landwirt, Erne, kriegt dann halt ihren Klimafußerdruck, kann er später fragen, wie es bei ihr aussieht. Das ist der Grundstein. Und mit den Daten, die wir gesammelt haben, wir haben tatsächlich schon in 2010 so langsam angefangen und das baut sich auf einen internationalen Standard, das wird alles verifiziert durch Dritten, haben wir natürlich eine riesen Datenmengen erfasst. Und durch die Datenmengen haben wir auch Maßnahmen, Hauptmaßnahmen identifiziert, die für jeder Landwirt gelten. Das ist besonders fünf Hebeln, das ist Futtereffizienz, Proteineffizienz, Landnutzung, Güllemanagement und Tierwohl. Das ist fünf Hebeln, die für universell für alle Landwirte ihn hervorbringen werden, Richtung ein besseres Klimafußabdruck und daran arbeiten. Das haben wir geschafft durch den Klimacheck und das hat uns befähigt, auch den nächsten Schritt zu machen, die wir jetzt eingeführt haben. Das ist ein Anreizmodell. Das heißt, wir zahlen jetzt Landwirte für Maßnahmen, die sie auf ihren Höfen erbringen. Hier kann man kurz sehen, da ist ja wieder eine Datenplattform, das wird alles digital gemacht. Wir können es auch analog machen, aber wir bevorzugen es ja digital, weil wir nützen ja die Daten, um uns besser zu machen, um zu lernen für die Zukunft, wie kann man es noch mehr und besser, die Landwirte dadurch unterstützen, ihnen ihre Ziele auch zu schaffen. Mit dem Anreizmodell hat man ungefähr 80 Punkte, die man bekommen könnte als Landwirt, wenn man verschiedene Maßnahmen ergreifen. Vieles ist durch den Klimacheck schon gezeigt oder die Richtung ist schon gegeben. Zusätzliche Maßnahmen kann man auch machen, so ungefähr um 20 Punkte. Jeder Punkt ist 0,03 Eurozent pro Kilo Milch wert und das gibt dann dem Landwirt den Anreiz und mit diesem Modell glauben wir auch fest dran, dass wir unsere Ziele für 2030 erreichen können, aber natürlich nur mit der Hilfe von dem Landwirt. Das war ausreichend von mir, ein schnell Einflug. Man kann mich noch nachfragen oder wenn wir noch mehr Details haben, kann ich es noch deutlicher machen, aber jetzt finde ich, es ist gut, dass wir auch mit der Praxis ein bisschen reden. Danke. Ja, danke, Kesper, du hast das ganz schnell mal dargestellt. Viele haben das Programm ja auch schon mal sich angeguckt. Es ist in der Szene ja durchaus bekannt, aber gerade auch schon darüber berichtet. Und ich freue mich, dass Anne hier ist. Sie bewirtschaftet zusammen mit ihren Eltern einen Betrieb in Opladen mit 200 Kühen. Und Anne, warum macht ihr bei dem Programm mit? Also es ist ja sicherlich ein finanzieller Anreiz da von der Mockerei, aber ist das eine Überzeugung, da mitzumachen? Ja, ich glaube, dass wir immer mehr die Berechtigung brauchen, weiter arbeiten zu können und weiter auch Tiere zu halten und weiter an dem Markt teilnehmen zu dürfen. Und dazu gehört einfach, dass wir uns auch mit diesem Klimawandel beschäftigen und auch Verantwortung übernehmen. Und das machen wir jetzt in Form des Klimachecks und ermitteln damit unseren CO2-Fußabdruck, der ja auch immer mehr gefragt ist und da ist einfach immer mehr Interesse, was da kommt. Ja, wir haben eine relativ weidebasierte Vielhaltung. Das ist natürlich schon eine ganz gute Voraussetzung, dann da reinzugehen. Kesper, wenn ihr auf die Betriebe geht, beziehungsweise du sagst, der erste Schritt macht der Betriebsleiter, die Betriebsleiterin selber mit dem Handy, hast du gerade gesagt. Aber wie geht das so in der Praxis? Geht der mit dem Handy über einen Betrieb und sagt, na, eins bis zwei oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht das? Eine, denke ich, kann es fast besser fangen. Also das ist ja eine Menge, Menge Fragen, die man erstmal vor der Rechner machen kann. Aber dann halt Betriebsdaten allerlei, also wie viel Futter brauche ich, was für Futter brauche ich, wie viele Tiere habe ich, was für Tiere, wie alt sind sie und Milchmenge, wie bringe ich mein Dünge auf dem Feld? Also alle solche Sachen pflegt sich rein, aber du kannst dich vielleicht noch ergänzen, wie du das selber machst. Ja genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn das bei dir auf dem Hof ist, wie hast du deinen Hof so gesehen danach? Also wenn du da mal, ich glaube, das macht, ich habe selber ja auch Landwirt gelernt, da kommst du ja nicht so eben auf die Idee, mach jetzt einen Klimacheck, sondern man beschäftigt sich doch vielleicht ganz anders mit seinem Laden dann, oder? Also ich habe tatsächlich früher schon in der Uni drüber nachgedacht, irgendwann mal so einen CO2-Fußabdruck für meinen Betrieb erstellen zu lassen, einfach weil da immer mehr Interesse war und ich das einfach gerne mal für mich selber wissen wollte. Dann kam das ja über ALA und den Klimacheck, den mache ich tatsächlich bei mir im Büro. Da gehe ich jetzt gar nicht so direkt über den Betrieb, weil ich einfach die Daten brauche. Ich brauche den Wasserverbrauch und das habe ich natürlich dann alles in meinen Ordnern. Und dann gibt es ja das Anreizmodell, was Kasper vorgestellt hat. Dann wird da zum Beispiel über das Punktesystem gefördert, dass ich eine bodennahe Gülleausbringung habe. Und das funktioniert ganz einfach über die App von ALA. Da gehe ich dann wirklich raus in den Betrieb, fotografiere meinen Güllefass, lade das direkt in der App hoch. Aber du musst es schon belegen dann? Genau. Also da ist schon eine Kontrolle hinter, dass du sagst, ich mache jetzt ein Foto von meinem Güllefass zum Beispiel. Ja genau, dann mache ich tatsächlich ein Foto vom Güllefass oder von der Futterberatung, von dem Vertrag und kann das direkt da hochladen, ganz unkompliziert. Also ihr habt einen Schleppschuh oder Schleppschau oder was? Ja genau, Schleppschuh haben wir. Okay. Und dann im Grunde genommen, welche besonderen Hebel, wenn du noch bei dir auf deinen Betrieb nochmal zurückgehst, was hast du gesagt? Da hätte ich gar nicht gedacht, dass das bei mir so ist. Gab es so Aha-Momente? Also wir haben zum Beispiel nicht alle Punkte bei der Düngereffizienz. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch einen neuen Düngerstreuer gekauft, der auch, wie wir das eben schon hatten, mit Section Control in engen Stellen auch anfängt, die Ausbringmenge zu reduzieren. So, auch im Rahmen der Bauern Milliarde dann wahrscheinlich. Nee. Nee, echt so? Okay. Ich gehöre nicht dazu. Nee, nee, wir haben, wie gesagt, Düngerstreuer gekauft und der stellt dann halt die Arbeitsbreite kleiner und die Ausbringmenge. Dadurch können wir den Dünger genauer platzieren, haben weniger Überlappung in den Flächen und sind dadurch effektiver, effizienter. Interessant. Und Kesper, wenn ich nochmal fragen darf, da liegt ja ein unheimlicher Datenschatz schon dahinter. Und ihr generiert ja jetzt auf einmal sehr, sehr viele neue Daten von den Betrieben, die, ich gehe mal von außer entsprechend, geschützt sind. Habt ihr noch vor, mit diesen Daten bestimmte Handlungsweisen daraus zu filtrieren und zu sagen, wenn ihr das so und so macht, dann wird es besser und so und so macht, wird es eher schlechter? Oder was habt ihr damit vor? Genau. Und das ist ja, was wir, die Daten, die wir schon gesammelt haben, haben wir es auch, hat uns das tatsächlich ermöglicht, diesen Anreizmodell zu machen, die es auch eine Beratung an die Landwirte gibt, aber auch Anreize zu setzen. Ja, mit Futtermanagement muss man genauer arbeiten und das werden wir auch dann Trainings anbieten, um den Landwirten mitzunehmen, damit die tatsächlich gezielt besonders an diesen fünf Hebeln arbeiten können, aber auch an anderen Hebeln arbeiten können. Und das glaube ich ist, ohne die detaillierte Infos und Daten hätten wir das nicht erarbeiten können. Hätten wir es auch nicht, ein glaubwürdiges Programm, wo man tatsächlich eine Umverteilung von Milchgeld machen, zwischen Landwirte, die vorangehen und Landwirte, die nicht so vorangehen, das muss man ja dokumentieren können und sagen, das ist der richtige Weg. Und ich glaube, da sind die Daten unerschlüsselt, um eine Lösung zu finden und das zu dokumentieren, aber auch, um darüber zu sprechen und auch das zu vermarkten am Ende. Vielleicht eine Frage an euch beide. Es ist ja durchaus eine umstrittene Aussage, dass die klimafreundlichste Milch, die von der intensivst geführten Kuh kommt. Ist das nicht so ein bisschen im Widerspruch zu manchen anderen Zielen, die so in der Landwirtschaft angestrebt werden? Da will ich sehr gerne anfangen, weil das zeigt die Zahlen tatsächlich nicht. Okay. Unser Klima, wir veröffentlichen einen Klimabericht tatsächlich von den Landwirten, haben wir auch von 2022 geschafft. Das zeigt halt, das heißt, dass jeder Betrieb kann sich verbessern, auch wenn er moderat intensiv, wenn er intensiv ist, wenn er Weide hat, wenn er Bio hat. Ja. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Betriebsformen sind eigentlich geringer als innerhalb der einzelnen Betriebsformen. Ja, in manchen Systemen oder in manchen Berechnungen hat der sehr intensiv einen Vorteil, aber dagegen hat ein Weidebetrieb wie bei einer einen anderen Vorteil, sodass es gleist sich aus und es gibt nicht nur eine Lösung. Und das finde ich eigentlich das Charmante dabei, dass das es zeigt, es gibt mehrere Lösungen, auch Richtung der Politik. Es ist nicht nur eine Lösung, man kann es nicht alles in eine Kiste machen, das muss Weide, das muss Bio oder das muss nicht konventionell sein. Alle ist ein Teil der Lösung und jeder kann sich auch verbessern und alle können sich auch Richtung die Zahlen, wo wir uns bewegen, halt 0,08 pro Kilo Milch, jetzt sind wir bei 1,15 und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Betriebsformen sind tatsächlich geringer als gedacht und zeigt halt, dass der Potenzial da ist, für alle Landwirte sich auch zu verbessern. Das heißt, im Grunde genommen arbeitet ihr nachher mit so einer Art Schwarmintelligenz, um da immer weiter in dieses Ziel zu kommen, weil ihr immer seht, die und die Maßnahme macht das und das und da können wir raus und besser erwirtschaften? Ja, genau. Also wir bieten den Landwirten, das ist ja auch in unserem Anreizmodell, mit 80 Punkte viele verschiedene Maßnahmen, wo man sagt, okay, der Landwirt kann sich Punkte oder Möglichkeiten aussuchen, wo er sich verbessern kann und dann kann er auch davon profitieren und wir sind auch davon überzeugt, dass wir die ganze Milchmenge in eine nachhaltige Richtung bewegen müssen. Das wollen wir als Unternehmer auch, wir wollen die Landwirte mitnehmen. Das ist ja eine Transformation, das ist ja keine Revolution. Wir wollen ja die Landwirte nicht ausschließen, die ein besonderes Betriebsform haben, aber wir wollen natürlich auch den Weg zeigen, okay, wie geht es am besten und das versuchen wir mit diesem System zu machen. Müssen wir denn vielleicht noch mehr, ich habe ja regelmäßig damit zu tun, dass wir Landwirte haben, die sagen, wir müssen das mehr in die Öffentlichkeit bringen. Kommunizierst du das schon über deinen Betrieb, dass du jetzt mal so, weiß ich nicht, ein Schild am Hof hast, wir machen mal im Klimaschutzprogramm mit oder so und was bedeutet das für dich als Betriebsleiterin? Änderst du dein Verhalt und sagst, ich muss noch mehr in die Richtung gehen? Also ich glaube, was man auch mal rausstellen muss, ist, dass der Klimacheck klar einen CO2-Fußabdruck zeigt und Verbesserungspotenzial. Das ist aber neben dem Fußabdruck auch interessant für mich als Betriebsleiter, der wirtschaftlich arbeiten will. Weil alles, was ich an CO2 einspare, sind für mich auch Kosten, die ich wiederum spare. Wenn ich weniger Düngereinsätze und gezielte einsetze, habe ich auch wieder Kosten beim Düngereinsatz gespart. Und das ist für mich natürlich der zweite positive Effekt. Dieses Vermarkten dieses Klimachecks oder dieses nach außen hintragen, das muss mehr kommen, müssen wir auch mehr machen. Wir haben jetzt gerade erst mal ein Schild an unseren Stall gehangen, wo wirklich die Weidehaltung erklärt ist, wie viele Stunden gehen die Kühe auf die Wiese. Ich denke, der CO2-Fußabdruck kommt als nächstes, ist ganz interessant für den Verbraucher. Und das Interesse ist ja auch einfach da. Also wir hören häufig, dass das Thema Klimabilanz, Klimaeffizienz, das neue Bio wird in der künftigen Diskussion. Ich habe so den Eindruck, dieser Grabenkampf zwischen Bio und konventionell, der hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Die Leute gucken eher so, was kann ich von dem jeweils anderen lernen. Und ich glaube, in der Milchverhaltung ist es noch am einfachsten, voneinander zu lernen. Aber ich glaube, das ist marketingmäßig. Und Milch ist ja unter Druck geraten, auch durch Milchersatzprodukte eventuell. Also ihr macht das wahrscheinlich als A-la auch aus reinem wirtschaftlichen Interesse. Es ist ja nicht nur immer karitativ, was ihr macht. Klar, und ich kann gerne eine kleine Werbung machen. Wir haben eine neue Milch auf den Markt gebracht, auch mit einem Klimafußabdruck, kann man tatsächlich ablesen durch einen QR-Code, wo man dann halt den Klimafußabdruck kriegt. Wir nennen das Milch-Act, also Act für Klima und Tierwohl und beschreiben halt die Programme, die unsere Landwirte durchmachen. Das sind konventionelle Milch, aber mit Fokus auf den Klimafußabdruck und versucht, das natürlich auch dadurch zu vermarkten, was wir tatsächlich auf, was Anne und unsere Kollegen dann auf den Höfen machen, in einer glaubwürdigen Art und Weise. Halt nicht ein absolutes Ziel, aber eher die Aktionen, die wir tatsächlich machen, den Klimafußabdruck, aber auch jetzt kommt der Anreizmodell. Darüber wollen wir auch gerne mit den Verbrauchern kommunizieren und hoffentlich nehmen sie sich gut an. Was ist dein Gefühl? Haben die das schon auf dem Schirm, um da nochmal nachzuhaken? Ja, ich glaube, alle haben es auf dem Ziel, auch alle Landwirte, aber ob die das dann kaufen oder dafür zahlen, ist eine andere Sache. Und wir wissen ja alle, wie jetzt gerade diskutiert wird über steigende Lebensmittelpreise und das müssen wir natürlich mitnehmen. Das ist eine Herausforderung für manche Verbraucher, dafür tatsächlich zu zahlen. Aber so soll man sagen, der Aufmerksamkeit ist da, aber die Zahlungsbereitschaft ist vielleicht ein geringer und daran müssen wir natürlich arbeiten als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft, dass man tatsächlich wertschätzt, was die Landwirte auf ihren Höfen machen. Interessant. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss, Anne. Ich habe oft den Eindruck, wenn die Landwirte Daten generieren und auch teilen sollen, dann ist relativ schnell Feierabend, weil sie nämlich sagen, ich möchte mir eigentlich nicht in die Karten gucken lassen, obwohl sie eigentlich nichts zu verbergen haben, die meisten wenigstens. Merkst du das auch, dass das ein komisches Gefühl ist, sich plötzlich gläsern zu machen? Ja, ich glaube, es geht nicht mehr primär darum, irgendwie Daten generell zur Verfügung zu stellen oder für Auswertungen bereitzustellen, weil das haben wir ja auch zum Beispiel bei Landwirtschaftskammer, die macht ja auch Betriebszweigsvergleiche. Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand mittlerweile haben. Also wir als Betriebsleiter sitzen eigentlich mehr im Büro, als dass wir draußen im Betrieb unterwegs sind. Und ich glaube, das ist eigentlich das Problem, dass wir immer mehr Auflagen erfüllen müssen. Und das sind zum Teil auch Aufgaben, wie jetzt bei dem Klima-Check, die können wir an keinen Mitarbeiter abdelegieren, weil wir einfach mehr Zugang zu den Unterlagen haben und mehr wissen. Und das heißt aber, ihr generiert da Daten, die dann dann nicht zwangsläufig wieder an anderer Stelle genutzt werden können. Also du musst teilweise öfter Daten generieren, die teilweise gleich sind, aber nicht kompatibel sind. Ja, genau. Das ist ja grundsätzlich so ein bisschen das Problem. Das haben wir auch schon heute mehrfach angesprochen, dass wir über mehrere Portale Daten erfassen und die aber untereinander nicht miteinander verknüpft sind. Und wir dadurch mehrfach die gleichen Arbeitsschritte, Arbeitsgänge durchgemessen. Interessant. Dankeschön erstmal bis hierhin. Ihr seid ja nachher noch hier. Ich gucke mal gerade auf das Tablet, was hier andauernd einschläft. Aber Fragen sind nicht da. Sonst aus dem Publikum vielleicht ein paar Fragen. Da ist noch eine. Machen wir das mit dem Mikrofon oder geht das nur digital bei euch hier? Dann machen wir mit dem Mikrofon. Sonst sprechen Sie einfach. Ich sage es nochmal eben neu. Also die Frage war jetzt, wie das Punktesystem entwickelt worden ist und wie die Umrechnung in Euro letztendlich entstanden ist. Ja, das ist ein längerer Prozess gemeinsam mit den Landwirten, wo wir gesagt haben, okay, wie wollen wir das machen? Aber erstmal basieren auf den Daten, die wir aus dem Klimacheck hatten, was wissenschaftlich passiert ist, wo man sagen kann, okay, wenn wir uns bewegen, dann gibt es verschiedene Fenster. Wenn wir diese Fenster halten, zum Beispiel in Futtereffizienz, dann kriegt man mehr Punkte und das haben wir dann halt erstellt mit Wissenschaftlern zusammen, aber natürlich auch mit den Landwirten zusammen, das ist ein Prozess, ein demokratischer Prozess, wo man Wissenschaft mit der Praktikabilität auf den Höfen versuchen zu verbinden und dann haben wir uns als Genossenschaft entschieden, wir werden insgesamt 500 Millionen Euro sozusagen in der Hand nehmen, um das hier voranzutreiben und das ist umgerechnet dann auf die insgesamt 100 Punkte, die wir haben, 0,03 Eurozent pro Punkt und das ist sozusagen der Grundlage, also mit den Landwirten und für den Landwirten gemacht, aber auch wissenschaftlich basierte Grundlage. Wir sind zeitlich etwas im Hintertreffen, aber wir waren auch schon zwei Minuten weg, also eine schiebe ich noch hinterher und dann machen wir einen Haken dran. Was mich nämlich auch selber interessiert, nehmt ihr künftig auch Milchersatzprodukte in euren Klimacheck auf? Das heißt, die gibt es ja auch bei A-Ladern? Ja, wir machen tatsächlich auch ein bisschen Hafergetränk und andere Alternativen als ein Teil der Geschäft und das wird, momentan ist unser Klimafußabdruck fokussiert auf der Milch. Weil sie auch am meisten in der Kritik ist vielleicht? Nein, eigentlich, weil wir aus Alsgangspunkt das gemacht haben. Wir haben ja diesen Programm, wie soll man sagen, entwickelt mit der International Dairy Federation. So, das ist unser Fokus. Jetzt nehmen wir dann halt auch pflanzlich basierte Produkte mit rein und da werden wir sicher auch einen Klimacheck dann für den entwickeln. Okay, vielen Dank erstmal. Hier ist leider noch eine Frage, aber mir wird das Wasser abgedreht, deshalb nutzen Sie gleich die Möglichkeit, ihr seid ja noch hier. Dann Applaus bitte an unsere beiden Gäste. Dann Applaus bitte an unsere beiden Gäste. Dann Applaus bitte an unsere Gäste.